Moin moin und da sind wir wieder und der finnige Zuschauer wird's in Amditas. Wir machen noch mal das Meta Event mit. Teil der wöchentlichen. Wann haben wir den Boss denn gekillt? Das hab ich gar nicht mitbekommen. Also der, den aus dem Riss. Mit einem Haps war der. Einfach mal so weggenascht. Beim vierten Mitrielschlag war's. Nee, ich hab auf OBS geguckt. Nicht auf Mitriels. Aber der war gut Sascha, der war gut. Ja, man kann auch nebenher mal gucken, ob irgendeine andere Map schon aufgemacht hat. Ob das irgendwo alles gemacht wird. Na ja, jetzt wo... Es gibt eine, die heißt Meta. Da sind jetzt schon... Der blaue Komme ist da jetzt. Ja, dann ist doch gut. Dann passt doch. Der zweite ist bei uns mit auf der Map, der im LFG aufgemacht hat. Ja, gut. Mit deinen drei Leuten. Mit deinen drei Leuten. Das ist schon mal... Mal hin. Dann kann ich ja hier noch den Riss machen. Du hast auch richtig viel Riss heute, ne? Nö, aber das muss ja eigentlich fertig. Du lacht man erst auch, wenn man jung ist, ne? Ja, morgen, äh, Montagmorgen ist ja, hab ich seit von dem Scheiß. So, ne. Sagt man nicht, man hat heute ganz viel Riss. Das ist nicht modern. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Auch nicht. Ja. Ja. Ole, ich hab gedacht, du weißt das. Ja, sicherlich. Weil ich hier ja der frischeste und jüngste bin. Ja, natürlich. Hast du mich mit den jungen Leuten zu tun? Ja. Aber die erzählen mir nichts von Würfen. Erzählen die überhaupt was? Ja. 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 Oh, du kommst da raus. So, paar mehr. No. Auch. ist mal an wo geht's los da los mal aufstecken und los nach kommie hausen einfach mal eine runde meditieren wir haben noch zwei minuten das wird jetzt bei mir werden ich mach das in seinem squad sind 24 leute dann wir sind auch noch mal sechs wir sind 25 wir machen sowieso den unterschied wir sind die sechs besten spieler der map natürlich machen wir den unter spiel so gut dann beim sterben jetzt ziehe mich mal schon bei so 1 und geht's los ich bin schon mal unten links links sagst du ja so ein bisschen nach dem lorden links ja ich greife in den kampf ein das 33ste mal keine ruhe für die krypte macht dann 3300 ich das schon erledigt habe ein hoher krypte ist erschienen und er muss jetzt erstmal in die ecke laufen genau den töten ab ich muss erstmal gemütlich rauslaufen sich orientieren und dodgen und dodgen und 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 Wer ist denn abwesend? Ich, ich hab den Charakter gewechselt. So. Aber auch nicht so smart, wenn ihr mir wettet. Hoffentlich kommst du noch wieder auf die Map drauf. Ja, alles gut. Ich dachte, ich kann es noch rechtzeitig schaffen. Tja. Und da war ich auf dem anderen Charakter, habe ich gehört, oh, es geht los. Ich dachte, scheiße. Tja. Bestimmt war wie der Mithril irgendwie im Weg. Ne, Charakter gewechselt. Wie groß ist die Warteschleife? 20. 20 hab ich. Wie viel? 16. Ui. Ja. Das mit X war wohl nix. Vielleicht ist ja auch was los. Ja, ist auch hier. Zwei Stück. Zwei Kombis. Ja. Da siehst du. Die warten alle hier gespannt. Norden seid ihr hin. Okay. Ah, 14, guck mal, geh doch runter. Ach, hier unten muss der sein. Jaa. 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 Ôi. Ich bin noch da. Jaa. Ich bin noch da. Ich bin noch die Warteschleife. Jaa. 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 Oh, Stapelbar. Nice. Ich gehe den Scheiß auch los. Danke. Gerne. Das Ding ist weg. Gift ist echt... So, wo ist nochmal super? Die Mitte? Ja. Mitte und unten. Rechts. Und wie weit musst du denn der WS? Warte. Warte, ist gerade verdeckt. China ist fertig. WS? Wartest du? 12. Nein, nein, ich muss sagen, vier Verringer, wow. Du musst dich immer freuen, du musst immer positiv denken. Du probierst das auch jeden Monat beim Gehaltscheck. Wenn du wüsstest, was auf meinem Gehaltscheck steht, da würden sich die die Fingernägel vollwöhnen. Zu wenig ist das. Da steht drauf, BAföG-Zahlung. Ich kriege jeniger als BAföG und weil ich das kriege, kriege ich kein BAföG. Ja. Ja. Das ist ein ganz unwähltes System. So, das Ding da drüben ist auch für den E-Projord. Komm, ich schaffe es noch einmal, F zu drücken. Oder auch nicht. Mist. Der hat das, das Rest schließen, das ist für keinen, ja, Beitrag. Komm mal vor, wenn jemand ein Kiegel-Trett kommt. So, jetzt können wir zur Basis und da mal kurz gucken, ausruhen und dann entscheiden, wo wir hingehen, die jeder für sich oder alle zusammen. Also links, mitte, rechts. Zusammen bist du nicht allein. Ich wäre einfach für links. Gut. Ich bin dabei. Möhm mal links. Links auf dem Kompass gibt es doch keinen links. Ich spiele mit rotierender Map, wo soll links sein? Genau, mit rotierender Minimap spielen. Und ich bin Ossi, hier ist überall Rosten. Dann für dich einfach ins feines Gebiet. Okay. Spielt keiner von euch mit rotierender Minimap, oder? Nee. Aber du, ne? Ich hasse nicht, wenn Leute YouTube-Videos machen und du denen hinterher folgen willst und die spielen mit rotierender Minimap, oder so, und dann... Ja, ja, ja. Äh, finde ich auch bescheuert. Die wissen nie, in welcher Richtung sie schauen. Genau, die sollen sich gefälligst an den Standard halten. No. Kann seine Einstellung exportieren? Ich hab es verdient. Ja, das ist bei dir eine ARC-Einstellung wahrscheinlich. Ach so, das könnte sein. Oder Blish, oder sowas. Das macht er jedes Mal dann, wenn du die Map wegfällst. Oder in eine Instanz gehst, oder so. Rotation 1-Aus, könnt ihr direkt bei der Minimap mal auswählen. Hm. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Jo, hier sind wir noch Leute. Das reicht. Ja, wir skippen gleich noch das Event. Also das... Das mit dem Tintak dann abschließen, das machen wir nicht. Wir werden selten. Wir werden selten. Da hab ich das gar nicht mitgekriegt. Ui. Das ist ja irgendwie. Das ist ja irgendwie... Das ist ja irgendwie... Achtung Wache, meldet euch umgehend am Landeplatz zu einer Strategiebesprechung. Wer verwundet ist oder Verbundeten assistiert, begibt sich bitte zur Krankenstation auf der Bastion der Natürlichen. Ein paar Kügelchen hier, machen wir es doch gleich. Wache, wache, diese Schädigung wird der Tafel verletzt, diese Kreatur. Aber ich fürchte, es ist nicht genug. Wir haben keine Wahl mehr, Dagna. Es muss der Mosaid zur Unterhaltung. Wir müssen die Wächter hervorrufen. Die Energie, die diese Wächter konsumieren. Es dauert Jahrzehnte, um sie aufzubauen und Minuten, um sie zu verbrauchen. Oh, mein Banner ist noch hier. So, jetzt noch zu dem Rechts, hinten. So, jetzt sind wir anschließend verwundbar. Selbst wenn wir gewinnen. Besser verwundbar als geschlagen. Ich hoffe nur, dass es nicht schon zu spät ist. Könnt ihr und Lea uns genug Zeit verschaffen? Entweder wir tot ist oder wir sind alle tot. Er will aber nicht sterben. Der Tod ist ein Glück, der in der Zeit ist. Wenn wir die Wächter erst aufgehört haben, steht nur noch die Wache zwischen den Krützes und Tyria. So, dann geht's nach oben jetzt. Juhu, endlich. Auf den Kampf. Auf die Tentakels. Wow, da sind wir schon. So, ich hab jetzt immer den Weg alle platziert. Die nördliche Plattform ist beeinträchtigt. Frode, Goal. Nehmt die Plattform und kommt's. Ich kann keinen Weg mal platzieren. Das ist auf dem Charakter kein Jade-Bot. Nein. Ich mein, den benutze ich auch in Raids. Da braucht man sowas nicht. Ja, trotzdem kriegst du doch einfach live drauf. Ich hab auf all meinen Charakter Szene-Bots drauf. Ja. Also ich hab auf einem Charakter, nee, ich hab auf zwei Charakteren Szene-Bots. Und auf allen anderen gar keinen. Ja, aber das ist schon richtig. Das ist schon echt viel live. Ja. Ich hab doch nicht geholfen. Ja, war wohl zu spät. Hm. Ist schon explodiert jetzt hier? Wie weit ist es bei euch? Wir sind jetzt beim Schrauben. Bei dir? Nee. Hä? Nee, zu euch. Ist es bei dir? Ja, wie weit? Ja, warte ich nicht mehr. Wir sind gerade angefangen. Ja, ich bin jetzt rübergejoint, wie du gerade gesagt. Ah, war die Schlange vorbei. Das ist ja häufig so. In der Zeit haben manche Leute schon eine Steuer. Wenn die losgeht, dann haben einige Disconnect. Das ist immer ganz nett eigentlich. Also schlecht für die natürlich, aber... Wir sind ja nicht alle Samariter, ne? Also die können auch nichts spielen. Oh. Ihr Problem. So, jetzt wieder in die Luft. Hintergrund an der Rad. So, hier reicht jeder und so ein Quagen im Loch. So, kann ich runter? Kommt noch Zintakel, ist es noch. Ach, Mann. Nicht mal die Möglichkeit, aufzustehen. Echt? Nur auf der Plattform. Okay, ich habe drei Kisten gekriegt. Jupp. Zentakel ist fertig. Würde ich mal behaupten. Ach, hier. Jetzt können wir die nach links. Wir machen hier aber gerade mal einen kleinen Cut und sehen uns gleich wieder. Ciao, ciao. Tschüss, tschüss. 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 Tschüss.